Endling Dieses Spiel ist ein sehr berührendes Spiel über eine Füchsin, die ihre Kinder während der von Menschen verursachten Postapokalypse in Sicherheit bringen möchte. Als Mutter muss man dafür sorgen, ihnen beizubringen, wie man überlebt und sich vor Gefahren schützt. Man erkundet wunderschöne, aber zerstörte 3D-Umgebungen aus einer Sidescroller-Perspektive. So lassen sich verwüstete Landschaften durchforsten, den realen Umweltprobleme zugrunde liegen sollen. Es gilt, andere Tiere zu jagen und nach Nahrung zu suchen. Man ruht sich in einem Unterschlupf aus und lernt von Tag zu Tag seine Jungen besser kennen. Diese Reise ist ebenso emotional gestützt, da man ein kleines Junges wiederfinden soll. Und das ist eben eine Herausforderung. Endling Extinction is Forever ist visuell ein sehr beeindruckendes Spiel. Musik und Grafik kreieren genau die richtige Atmosphäre für das Thema, das das Spiel anspricht. Dadurch wird auf der emotionalen Ebene der Umweltschutz nähergebracht. Das Spiel ist bedrückend, atmosphärisch sowie auch traurig gestaltet. Es ist zu beachten, dass es empfehlenswert wäre, wenn ein Elternteil oder ein Beziehungsberechtigter als begleitende Person mitwirken würde und bei Bedarf den Jugendlichen auffangen kann, sodass das Gelernte gut verarbeitet und in Positives umgewandelt werden kann. Musik 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 Musik